Der Nächter will die Kommunikation sterben. Und manchmal hat er so einen dieser Tage. Ganz hinten sitzt eine Dame in rot. Neben ihr sitzt noch eine Dame. Madame, mit Ihnen möchte ich sprechen. Der zweite Räume zwischen dem Herrn und der Dame. Ja, die Dame neben Ihnen, Herr. Können Sie mit ihm reden? Hallo. Ja, die Dame neben Ihnen. Ah, wunderbarer Anfang. Wie soll ich mich mit der geistigen Weltkontakt haben? Richtig, correct. Deine Mutter steht bei dir. Und deine Mutter ist in der geistigen Welt. Deine Mutter schickt eine ganz viel Liebe. Denn du hattest eine ganz, ganz enge Verbindung mit deiner Mutter. Big yes. Ja, großes ja. Because your mother loved you very much. And your mother, when you were young, had a lot of responsibility upon her shoulders. Because she had a very hard life. Because she had a very hard life. And I'm not going to go into the personal details of this. But going to the situation around your father, that meant that there was added responsibility towards your mother. Das bedeutet, dass die Situation mit deinem Vater noch mehr Verantwortung für deine Mutter mitzugsbekommen ist. And she had to carry the weight of everything upon her shoulders. Und sie musste, das ganze Gewicht musste sie auf ihren Schultern tragen. Und deine Mutter ist ohne, that enabled you to have. Und deine Mutter, sie hat weniger genommen, sodass du mehr bekommen kannst. Es gab kein Luxus für deine Mutter. Es waren harte Zeiten. Und deine Mutter hatte nichts. Und sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, zu geben und zu geben. Und selbst jetzt, von den Punkt in der geistigen Welt aus, gibt sie immer noch zu geben. Und er ist ein sehr höflicher Mann. Also vor dem Publikum, Damen und Herren. Diskutiert er nicht über das Alter von Frauen. Aber deine Mutter hat ihr Alter sehr gut verborgen. Stimmt das? Ja. Aber sie hat an ihrer Gesundheit ganz Schwierigkeiten verborgen. Ja. Und da war auch viel innerliche Probleme. Und sie hat viel gelitten. Im unteren Teil des Körpers. Und mit diesem Leiden im unteren Teil des Körpers. Your mother was in far more pain than what she let off. In other words, she suffered in silence. When I die, ladies and gentlemen. And I come back from the spiritual world. Und ich komme zurück von der geistigen Welt. Und jemand sagt, ich beschwere mich nie. It won't be me communicating. Wenn sie nicht im Reden. But your mother never complained. She was a saint in every sense of the word. Aber deine Mutter hat sich nie beschwert. Die war eine heilige von Allgärfen betrachtet. Eine wunderbare Dame. Und deine Mutter bringt eine rote Rose mit sich mit. Und das hat eine ganz spezielle Wichtigkeit von ihr zu dir. Und du kannst es wirklich als Zeichen verstehen. Als ganz wichtiges Zeichen zwischen euch. Dass es wirklich sie ist, die bei dir ist. Die für dich da ist. Aber was für ein wunderbares Symbol der Liebe von ihr. Wer hat ihren März Geburtstag? März. März. Sie sprechen über den März. Haben Sie vielleicht einen Geburtstag im März? Ja, 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 ja. April. April. No, have you got a birthday in März? Ja. Dein Geburtstag ist im März. Das ist korrekt, ist es? Ja, ja. Your Mutter. Is your Mutter in heaven? Well, she should be, because I'm talking with her. Bless her. I like your Mutter. Your Mutter hat niemals ein Garten vergessen. She had a magical way with dates. And she wants to sing Happy Birthday to you. But your Mutter was what I would call a jolly person. a happy person. That's true, isn't it? Ja. And even though she had health troubles before she died, and she suffered with a heart problem, she had angina. Angina. And this actually gave her a lot of problems. But not only did your mother suffer from angina, but your mother, madame, suffered with her heart as well. Aber deine Mutter hatte auch mit Herzproblemen. Big yes. Yeah, 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 yeah. And also, madame, your mother's in the spirit world as well. Und deine Mutter ist auch in der geistigen Welt. And your mother suffered with her legs. Und die hat an ihr beiden geworfen. And she couldn't walk towards the end. Die konnte nicht laufen am Ende. Very frustrating with her. But she hated that wheelchair. She hated that wheelchair. She's not got that wheelchair anymore. So your mother's there. Your mother's there. Your mother's there. Where are all the men gone? There's only women communicating. But I like your mother very much, Mademoiselle. And someone is talking to me about Wilhelmstrasse. Wilhelmstrasse. And your mother talks about Wilhelmstrasse. And she talks about people that lived in Wilhelmstrasse. And she talks about people called the Müllers that you knew. Frank Müller is there with you. And Herr Müller is there with you. But Herr Müller and Frank Müller are together. And he's still baking. He's still baking the bread. Do you remember his bread? Wow. I'm aware of this bread being baked. Wow. I'm hungry. It's dinner time. Let's go. Herr Müller, you know. He fancied himself a little. He was a ladies man. And he ended up having that little moustache. Do you remember his moustache? Wow. He was a good looking guy, Mademoiselle. Wow. That's why I made sure I said to you, Mrs. Müller is with Mr. Because I didn't want him let loose with all these beautiful women here. And that's true, that's true, isn't it? That's true. So also, now we talk about you've got a birthday in March. And you have a birthday in March. Yeah, no, 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 no. You don't know me very well. You can see him scheinbar nicht so good. Not February. Not February. Somewhere there's a birthday in March. Da is irgendwo an Geburtstag im März. And hold on a minute, we get this tied down. You've got a birthday in March as well. But someone around there has got a birthday either on the 15th of March or the 16th. I can't see the second birthday. Who can connect me with the 15th, 16th of March? Talk to me very quickly, I'll lose it. There's 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 15th, 15th, 16th of March. Who can link for the birthday? Who here has a birthday on the 15th or 16th of March? Or has someone close to them? Who here has a birthday on the 15th or 16th? Or is there a birthday on the 15th or 16th? I ran here. Oh! Oh, yeah, no, no, no. 18th, 18th? 18th, 18th? No, no, no. 15th, 16th. 15th or 16th. It has to be, and I ran here. And someone's going to say to me afterwards, I'll remember that. And we, jemand kommt danach zu ihm und sagt, oh, yeah, I'll remember that. Your grandmother. Your grandmother. Yeah. And your grandmother is dead. And your grandmother talks to me. And she talks to me on the birthday. 15th, 16th of March. I like your daughter very much. Give me your name and address afterwards. Your daughter is a wonderful mother. And she dresses those children beautifully. Und sie zieht die Kinder ganz schön an. And your mother would admire that. Und deine Mutter, die hat dir das sehr wertgeschätzt. Well, when your mother was younger, she dressed you beautifully. And she made clothes. Deine Mutter, die hat sie selber gemacht. Und sie hat sehr schöne Sachen für dich gemacht. Natürlich hast du das nicht ganz wertgeschätzt. Natürlich hast du das nicht ganz wertgeschätzt. Und sie hat einen tollen Tag. Und der ist wie ein Hund mit einem Knochen. Und er ist wie ein Hund mit einem Knochen. Kennt ihr den Ausdruck? Ja. Ja. Also wenn ich etwas bekomme, wo jemand meinen sagt, oder wo ich es nicht richtig verbinden und verbunden kriegen kann, dann muss ich immer noch mal darauf zurückkommen. Danke schön, dass du so eine gute Dame bist. Madame, your mother, I talked with you earlier, your mother is there, and she has a beautiful brooch. Brosche? Ah, that's hers. That's hers. She said to me, she's wearing my brooch. Isn't that nice? But you know, that brooch was bought for your mother. Aber du weißt, dass diese Brosche gekauft wurde für deine Mutter. For a very special occasion. And it touches your mother's heart. That you are wearing this brooch today. That's really important. Ah, there we are. That brooch is there, isn't it? That's wonderful. Well, you see, ladies and gentlemen, these things may sound trivial to some people. But it's not. It's evidence. And your mother, you know, was a great sentimental person. And she always kept herself really smart. Really up to get. And Fridays was hair day. Every Friday for years, your mother had her hair done. And the same with you. You have to have your hair done. 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 And before she died, she broke her arm. That's correct, isn't it? That's correct, isn't it? But it meant that she was never the same again. And your mother was devastated when her mother passed away. She was very, very lost because of these very tragic, difficult circumstances. And of course, you were little at the time. Well, relatively little. Anna is being talked about it. Anna. 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 My mother. My mother. Your mother. Oh, good. Hello. I give messages to gentlemen as well. But he's still got a lady with him. Where do the guys go? I love Anna. Your mother dresses so smart. She was very neat in appearance. She was very neat in appearance. Yes. Slim. Dinn. Yes. 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 She's like a little doll. Yes. She's like a little doll. Yes. Yes. But she had a determination. Yes. 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 And she was a wonderful organizer. Yes. She knew how to organize you. Yes. Yes. She had you running around everywhere. Here, there, everywhere. Do this, do that, do the other. Got a little bit of a job for you. Do this, do that. Your dad did everything that he was told. Do you as well? Do you do everything that he was told? Yes. I don't know. Yes. Very sensible man. And they are talking about someone called Edward. Ah, did you go to him? Yes. Yes. I have contact to him. Sorry? I have contact to him. Do it. Oh, wonderful. And this is with healing. Yes. That's right. But you are a healer. Yes. Yes. And you particularly specialize in one area of healing. You do other things, but you do a lot with people's backs and with the spine area. Yes. That is your forte. Yes. That is your forte. And Edwards wants to work with you. And Edwards would like to work with you. That's important. Your father is here. Yes. And Charles is being talked about. And Charles is being talked about. You know who Charles is? Charles. Yeah. Charles comes with your dad. Charles comes with your dad. At last we've got some men here. I like your dad. I'll tell you what your dad loved. A nice drink. He has a great big glass in his hand of beer. He has a great big glass in his hand of beer. But I'll tell you what he used to do. He used to get a glass of beer and this is one of your memories when you were quite small. And he had the ability to drink it and he went straight back like that. In about three seconds. Do you remember that? He still drank a lot. No, no. But that was his party trick. That's what he used to do at a party. A glass of wine. One. Like that. Very, very quick. Or anything. Very quick. Ganz schnell. Your father loved you. Your father loved you. He loved fun. He loved fun. And he loved music. And he loved music. Yeah, music. And music was a big passion in your father's life. And music was a big passion in your father's life. And had he had proper opportunity. And had he had proper opportunity. Your father would have done more with his music. He would have done a lot more. He would have done a lot more. He would have done a lot more. And that's very true. That's very true. That's very true. There's a young man. Sir. Yes. You. Good afternoon or good morning or whatever time of the day. Good morning or good morning or good morning or whatever time of the day. You're very interested in spiritual things. You're very interested in spiritual things. Yes. Yeah. And you've also got a very analytical mind. You've also got a very analytical mind. Mm-hmm. That's you. That's you. And also you are looking to be self-employed or to work off your own initiative. And you're looking to not actually do it yet. Right. And in your mind you've got certain ideas. And you've got certain what I would call innovative ideas. that are quite inventive. That's correct. Isn't it? It's okay. You haven't got the opportunity to come out into action yet. Because young man, you have to build up your financial resources. And if you think the idea is to go into partnership, forget it. Forget it. Forget it. Yeah. Because your ideas are your ideas. And I see you making things. And you've got these things in your mind. And to do with this there's very intricate things. Meßung, also da ist Messung nicht eingestogen. Ja, und ich sehe das sehr klar. Und dein Großvater ist in der geistigen Welt. Und er erinnert sich an dich. Und du hast so dieselbe Art vom Geist wie dein Großvater. Und er hat so einen technischen Ingenieurart zu denken. Er ist ein Technokrat. Der testet mich. Und Großvater steht da richtig hinter, was du machen möchtest. Bist du verbunden mit dem Jungmann? Bist du verbunden mit dem Jungmann? Yes. Und wie bist du verbunden mit dem Jungmann? Du bist doch verwandt mit ihm, oder? Your wife. Ja, du bist ein junger Mann, oder? Ist ein junger Mann. Aber du hast einen Vater. In der spirituellen Welt. Ich mag deinen Vater. Aber er sagt, ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich habe in diese Sachen geglaubt. Und er hat er auch nicht. Nein. Und er ist sehr schnell gegangen. Gott. Und er hat sich in der spirituellen Welt. Er hat eine Botschaft für dich. Er schaut ihn an und sagt, was sage ich jetzt? Und er sagt zu ihm, ich sage alles. So he says, tell her, I don't need to wear a tie anymore. Er sagt, sag dir, ich muss keine Karate mehr tragen. Because he hated wearing his tie. Er hat das gehasst um seine Karate mehr tragen. Er musste sie für seine Arbeit tragen. Sobald er nach Hause kam, aus kam die Karate. Er hat die Jacket und die Jacke. Und dann die gemütlichen Sachen an. Aber er hat hart gearbeitet. Er hat sehr, sehr hart gearbeitet. Und ich sehe viele Zeichnungen und Pläne. So er hat irgendwo gearbeitet, wo Pläne gemacht wurden. Ja. Aber er hat einige Pläne gemacht. Aber machst du Pläne? Nein. Do you want to move? Plants, Pl... PLA... No, 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 no. Oh, planzen. Pläne. Pläne. Nein, nein, nein. No. No, no, no. People don't say no to me. Now, what I see, but I'm okay with that. You can say you don't understand it. But you can't say I'm not seeing it. Aber vielleicht hätte ich mich auch weiter bewegt von dir. Aber ich sehe Gebäudepläne. Wie in einer Architektur. Das hat etwas zu tun mit Gebäuden, die gemacht werden, konstruiert werden. Aber ich möchte nicht jemanden, der wirklich Gebäude gemacht hat. Ich möchte jemanden, der die geplant hat. Aber ich denke, ich bin nicht mit deinem Vater. Ich bin weitergegangen. Halt auf, wo bin ich? Da ist eine Frau in Rot. Madame? Nein. Deine Mutter ist bei dir. Und du sagst Ja, oder? Und deine Mutter hat Probleme zu laufen, bevor sie weggegangen ist. Das stimmt. Und sie ist auch so ein bisschen rumpflicht geworden. Denn als sie eine junge Frau war, stand sie so. Das ist richtig. Und dann hat sie sie nach vorne gebracht. Und das war sehr schwierig für sie. Und sie hat das sehr schwierig gefunden, damit umzugehen. Und in den letzten Jahren hat die Mutter dir eine schwierige Zeit verleitet. Weil du diejenige da warst, der eine schwierige Zeit verleitet. Aber sie möchte dich entschuldigen. Aber du wirst, dass sie sehr viel Schmerz hatte. Und das hat die Schmerz beeinflusst. Also, deine Mutter ist da. Viel Liebe. Aber ich möchte einen Mann nach hinten kommen. Dein Vater ist weggegangen. Ja. Ja. Aber ich habe etwas mit Architekt und Bildungsplanen zu tun. Das hat dein Vater gemacht als Beruf. Für ein Zeitpunkt. Ja, das ist richtig. Aber das hat dein Vater gemacht als Beruf. Das hat dein Vater gemacht als Beruf. Und du siehst, meine Damen und Herren, ich muss diese Dinge finden. Wenn sie die Worte finden, was ihr euch habt? Ich habe nur Botschaften zu dieser Seite gegeben. Ich bin hier. Aber dein Vater war ein sehr sorgfoller Mann. Ein sehr sorgfoller Mann. Aber dein Vater war ein sehr sorgfoller Mann. Er hat alles sehr sorgfältig gemacht. Alles musste ganz korrekt gemacht werden. Ist das wahr? Ja. Der Vater war immer natürlich sicher. Er hat auch ein sehr sorgfoller Mann. Ja. Und er war ein sehr sorgfoller Mann. Ja. Aber dein Vater war ein Mann von wenig Worten. Du denkst, warum ist mein Vater hier heute? Weil er ist eigentlich nicht die Art von Person, die einfach reinkommt und Hallo sagt. Er ist nicht so ein Mann. Also ich habe eine sehr private Botschaft für dich von einem sehr privaten Mann. Dein Vater sagt mir, dass du jetzt letztens vor kurzem etwas gemacht hast of a financial nature that has secured things for the future. Stimmt das? Ich weiß, dass es sehr zur Verfügung ist. So if I said to you, you won't say no to me, on that particular matter, I won't open it out anymore. Have we got a deal? But I hope it's interesting to you that your father approves of what you have done. dass dein Vater was gut findet, was du gemacht hast. And I'll just say this to you, that your father's approval in a personal sense means a tremendous amount to you. ganz viel, wie ganz viel bedeutet. And when you made the decision, and I'm not saying you actually made it, because that's between you, me and your father, you did it because you knew that your father would have been. You did it because you knew that your father would have been. Your mother. She's dead. She's dead. She's dead. Yeah. Speak to her. Speak to her. And your mother died here. Yeah, because she was old. Maybe 73? Didn't look at her age. So sah sie nicht aus. Nice hair. She suffered with her breathing. And there was a severe respiratory problem. And I use complicated words for me. She deserves a medal, ladies and gentlemen. And there was a severe respiratory problem. You do it. You do it. You do it. You do it. I do it. I do it. To do with pneumonia. That weakened your mother. That weakened your mother. And in the end, her heart gave out. Yeah. She hated the hospital. Yeah. 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 And you hated her seeing her in the hospital. Yeah. Yeah. They didn't do her any good. Yeah. 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 You have felt so much. It was a private conversation between you and her. Yeah. And of course she said, of course mum you'll come out. Yeah. Yeah. And you said, of course mum you'll come out. But she just wanted to join your family. Yeah. Yeah. Your father was a gentleman. Yeah. 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 Und er hat gerne Männer um sich herum gehabt. Und er ist zu verschiedenen Organisationen und Clubs, Gesellschaften gegangen. Ja, ja. Und natürlich, als du ein kleines Mädchen warst du natürlich, da warst du sehr fasziniert. Weil er sich dann so schön in seiner Abendverwaltung war. Und dann ist er ohne deine Mutter rausgegangen. Und du dachtest dir, hey, was ist hier los? Aber er ist ja zu Treffen gegangen und solche Sachen. Was ist hier, Freemason? War der das? Nein, du kennst dich nicht. Aber du kennst diese Treffen, du weißt, dass er zu Treffen gegangen ist. Und du erinnerst dich, dass er sich sehr smarten aufdreht. Und deine Mutter ist zu Hause geblieben. Und du lachtest dir, wie lustig. Aber deine Mutter hat eine wunderbare Dame bei ihr. Und deine Mutter hat ein wunderbares Lachen. Und wenn sie lacht, lacht sie wirklich vom Bauch raus. Und deine Mutter möchte dir eine Frage stellen. Erinnerst du dich an eine Dame mit einem sprechenden Papagei? Das hast du besucht, als du ein kleines Mädchen warst. Das geht ganz weit zurück. Und du hast diese Dame besucht, die eine sprechende Papagei hatte. Und du solltest dich erinnern, weil du so fünf oder sechs Jahre alt warst. Kann das möglich sein, ja. Und du wolltest dir große Worte beibringen. Und du wolltest dir große Worte beibringen. Und ich lerne den immer sprechen. They have nobwurz. They have canary. Yeah, I know that. She teaches them words. Well, you didn't teach. Ah, you taught them bad words. Also, you taught them bad words. Well, there we are, you say. Ah, darum geht's. But I knew you would talk if the bird naughty words were. Aber ich wusste, dass du eben gemeine Worte beibringst. Aber nur, also nicht so schlimmer. Denn vielleicht würde deine Mutter das wissen. Denn sie hörte zu. Und sie lacht. Bless her. Sie ist lade. Ich mag deinen Vater, Sir. Und Wilhelm ist bei deinem Vater. Wilhelm ist bei deinem Vater. Ja, ja, ja. Wilhelm und dein Vater kommen zusammen. Wilhelm und dein Vater kommen zusammen. Ja, ja. You okay with that? Mein Vater heißt Wilhelm. Ja. Oh, Wilhelm. Oh, gut. Well, Wilhelm und your... When I said Wilhelm und dein Vater kommen zusammen. Wilhelm und Willi ist der Inkel. But there's another man, yeah. There's two, in other words, there's two Wilhelms. But one was called Wilhelm and one was called Willi. Wilhelm and one of them really loved cars. In the days when people didn't have cars. And there's something to do with a big garage that he used to go to. Yeah, really, I know. Did he actually own the garage? Yeah, he owned the garage, didn't he? Yeah, he owned that garage. Yeah. But it was a labor of love. Yeah, he loved it. Oh, der liebte das. So he did the business. Because he's so adopted. Not for making money. Didn't make money. He didn't have the garage. Well, there's something to do with he used to go to a garage. Oh, well, okay. But he was fond of cars. Loved cars. Well, he loved his car more than what he loved his wife. No, that's true. Tell me. I'm right, come on. He's got his car with him, not his wife. But that's true. But he loved his car. Wonderful. And in those days, of course, people didn't have cars. I must stop standing. How are we doing the car? Have I gone over the car? No, I'm okay for the time. Oh, I'm fine. I've finished. Right. I'm going to get the set. Ladies and gentlemen, in the spirit world, thank you, sir. Lots of love from Billy. And lots of love from Wilhelm, Your father had a chest condition before he died. And his heart as well. And that took him to the world of the spirit. In the spirit world, ladies and gentlemen, there's no such thing as time. And I just have this thought. And I wonder in the spirit world, whether they have demonstrations of clairvoyants, to prove that we really live. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Vielen Dank.